Haben Sie keine aktuelleren Fotos? Nein. Milch? Nein, danke. Auf dem Bild wirken Sie beide sehr vertraut, sehr innig. Na, nach dem Tod meines ersten Mannes standen wir ja buchstäblich alleine da. Natürlich hing Maike danach umso mehr an mir. Na ja, Kinder können in solchen Lebenssituationen auch eine Stütze sein. Royalität ist das Letzte, was ich von meiner Tochter... Untertitelung des ZDF für funk, 2017